und einen schönen guten morgen an alle skat spielerinnen und skat spieler ich begrüße euch zu einem neuen video auf meinem kanal und wünsche euch frohe weihnachten dieses video wird am 25 12 2023 veröffentlicht und ich wünsche euch ganz besonders schönes weihnachtsfest und ich hoffe dieses video macht euch ein bisschen spaß und unterhaltet euch ein wenig ich werde hier versuchen mein bestes zu geben obwohl ich noch ein bisschen müde bin aber trotzdem ja 20 wir werden hier 36 spiele spielen ich habe drei wertungen einbezahlt und das sind aktuell 49 teilnehmer in der ersten wertung das können noch ein paar mehr werden schauen wir einfach mal 12 16 36 46 50 53 18 20 20 20 2 mal hintereinander peak 20 0 0 0 0 0 0 0 Eventuell noch ein Herzstich. 38, 45. 18? Ja. 20? Ja. 22? Passe. 23. Ja. Passe. Herz. 14. 18? 34? 34? Da können wir ja nicht gewinnen. Drei Spiele, drei Siege. 4. Hazy, mazy. Passe. Passe. 18? Oh, vier Spiele, vier. Vier mal Hazy, mazy. Peak. 15. 15. 29. 40, 43, 47. Tja, das war leider nicht zu verhindern. 18. Passe. Aber es ist interessant, wie mal wieder die Karten verteilt werden. Fünf Spiele, fünfmal Hazy Maisy. Karo. Und das ist das Beste davon in den Spielen. Karo mit rein. Sieben Trümpfe. 14. 29. Jetzt bin ich mal dran. 18. Ja. 20. Ja. 22. Ja. 23. Ja. 24. Ja. 46. Ja. 48. Passe. Grand. Interessant, ja. 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 Ich möchte mal... Der hat, glaube ich, auch einen Grang gereizt, weil Nullewer kann der nicht gereizt haben. Und Kreuz kann er auch nicht gereizt haben. 18? Ja. Passe. Passe. Und schon wieder. Siebtes Spiel, 6-mal. Hazy mehzy. Fantastisch. Ja klar. Wenn man selber derjenige ist, der so viele Spiele macht, aber wann ist das der Fall? Also ich kann mich nicht erinnern, in letzter Zeit mal 7 Spielen 6 gemacht zu haben. Und vor allen Dingen auch dann alle gewonnen. Naja, wobei, wir wissen ja noch nicht, ob er das gewinnt, aber ich gehe mal davon aus. und wir müssen jetzt... ... Und dann auch bei mir. Und dann auch bei mir. Passe. 18? Ja. 20? Ja. 22? Ja. Passe. Grand. 22? Ja. 18? Ja. 20? Ja. 22? Ja. Passe. Das zweite Mal überhaupt, dass Hazy Maisy keine 18 sagt. Kreuz. Kreuz. Und das erste Spiel von Reiki. Ja, doch, Reiki heißt er. Oh, dafür mit rein. 11? 18? Na ja, sind wir raus. Passe. 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 Kreuz. Mittelland. Mal gucken, womit er rauskommt. Karo. Karo. 14? 18? 29? 39? 29? 29? 29? 20? 20? 20? 22? Ja. 22? Ja. Ja. Ja, ich könnte sein, dass er 21, dass er, oh, Herzen hat er nicht gedrückt. Äh, hat er gedrückt. Katzen kam rein, 21. 20. 20. Ja, ich habe einfach gedacht, dass der Bube noch bei Hazy Maisy ist. Deswegen habe ich mich von Karo König zu zweit getrennt. Ich wusste, ich habe die Karo 10 schon gesehen, aber ich dachte mir, es kommt vielleicht noch der Abstich, aber der dritte Bube lag bei Hazy Maisy. Hätten wir gewonnen, mit 60 glaube ich, das Spiel. Mein erstes Geschenk an Weihnachten. Muss ja auch mal sein. Schneider. Achtzehn? Passe. Zwanzig? Ja. Zweiundzwanzig? Ja. Dreiundzwanzig? Ja. Vierundzwanzig? Ja. Siebenundzwanzig? Ja. Dreißig? Passe. Grand. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, passen, passen Passen, passen, passen Passen, 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 pass 18 passen passen go ich muss leider alles bedienen und hier in herz und piek gibt sogar noch bilder von mir passe 18 ja 20 ja 22 ja passe go 9 zu 0, Beispiel 16. Das ist schon ziemlich stramm. 18. Kreuz. Ja, gewonnen. Wann habe ich? 18. Passe. Passe. Grand. Passe. 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 20. Ja. 22. Ja. 23. Passe. Passe. Hand. 13 17 21 Raus Bobe lag noch 18 Passe Passe Kreuz Passe das erste verlorene spiel haste 18 wasser jetzt habe ich auch mal glücklich gefunden auch gut für mich eröffnet worden zwei herzen weg raus kommen sie trotzdem 18 passe 20 ja 22 ja 23 ja passe ich könnte gern hand spielen aber ich will lieber mit zählen hat er keinen boben mhm Und der hat zwei Buben, das ist ja eine scheiß Verteilung. Wenn ich jetzt Peaks spiele, kriege ich keinen Stich mehr. Wenn ich Herz spiele, ist das mein letzter Stich. Boah, 60, geil. Meine Fresse, na. Die Verteilung war ja richtig spitzenmäßig. Beide Buben auf einer Hand, piekfrei, alle Herzen auf einer Hand. Und das war meine beste Karte von Hause aus. Das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. Passe. Weihnachtsüberraschung. Passe. Herz. Okay, die Trümpfe stehen 3-1. Ich hätte gedacht, auf der anderen Seite. Passe. 18. Passe. 15. 16. 16. 16. 22. 22. 23. 24. 22. 24. 25. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Aus. Passe. 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 Aber trotzdem habe ich keine Chance, das Spiel zu gewinnen. Wie schön. Sechs Trümpfe mit Trumpferszehen, zwei Jungs und 20 gedrückt mit noch einem Ass dabei. Das macht wieder Spaß. Aber sowas wollt ihr ja auch sehen, sowas unterhält euch und ich leide ja auch besonders gerne, wenn ich drei Wertungen eingezahlt habe. Oder vier. Ich habe gestern auch ein Video aufgenommen, was ich nicht veröffentlicht habe. Da habe ich vier Wertungen einbezahlt. Und natürlich, da ging es noch schlechter wie hier. Passe. 18? Passe. Grand. Passe. 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 Hand. Passe. 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 Vielen Dank. 18. Ja. 20. Ja. 22. Ja. 23. Ja. 24. Ja. Passe. 27. Ja, der hat nulle. Wer? Ach, da. Passe. Lassen wir ihn mal. Ich habe sowieso keine Chance mehr, hier einen Preis zu machen und er hat die 1300. Null. Oh, wer? Hand. Ich hätte krank handspielen müssen, um ans Spiel zu kommen. 18. Passe. 20. Ja. 22. Ja. 23. Ja. 24. Ja. 27. Ja. 30. Ja. 33. Ja. Passe. 24. Ja. 24. Ja. 25. 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 Ja natürlich steht kreuzblanke ist wie soll es auch anders sein weil später hazy mazy 18 passen passen ach so natürlich was überrascht mich des gutes guard bei passe passe ach ist das schön scat macht so einen spaß passen 18 passen ja 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 Ach, wir sind raus. Wie schön. Und noch ein Spiel. Wäre ja auch ein bisschen komisch gewesen, wenn man bei Halbzeit 1000 hat und am Ende dann nur 1400. Kreuz. Mit dreien. Dann schreiben wir nochmal Glückwunsch. 1800, 27, 16 zu 0 Spiele. Ja, also für mich lief die Liste ja richtig gut. Vor allen Dingen ab Spiel 27. 0 zu 2. Ja. Also ihr habt es gesehen. Also ich habe wirklich alles riskiert und das Glück war mir nicht hold. Oder wie seht ihr das? Na, ich hoffe, ihr habt trotzdem schönes Weihnachtsfest und ihr habt die Liste trotzdem genossen. Ich denke mal, das wird das letzte Video sein, was ich vorproduziere. Also dann sehen wir uns frühestens am Abend des 28. Dezember wieder. Also macht's gut und genießt die Feiertage. Bis dann. Tschüss, euer Quantos.